Ja, dann kannst du noch schnell was zu dem Lauf erzählen. Was ist das für ein Lauf? Also das ist mein Lauf. Ich organisiere die Vidi-Lektoren und das ist für meine Abiturarbeit. Also das ist für alle Leute und ja in der ganzen Schweiz und wer will kommen, er kann und ja, also das ist ja mein erster Lauf, den ich organisiere und ja, also ob sie wollen, die Lauf stattfinden, äh, äh, rennen. Sie kommen in Lausanne am 20. September und das heißt Vidi-Lektoren, das ist mit Datasport und, äh, Sie können anmelden, äh, auf in der Website Vidi-Lektoren.ch.